Drachen Haus, du oberflächlicher Hessler Und ich bin ein oberflächlicher Hessler Und wow Das ist aber eine sehr Sehr Die Beleidigung ist sowas von 2000 2000 haben angerufen Die wollen ihre Beleidigung wieder haben Die tonnen scheiß Hatte das beste von mir Ater bringen auch Cash Stimmt Ist die Haut ein Organ Verdammt, wo können die ganzen Drachen Scheißegal Nein, die Haut ist kein Organ Oder wie war das noch? Ich hab's vergessen Nein, die Haut ist kein Organ Ich sag's euch Ich meine, ich bin nicht wirklich Oberflächlich, wenn ich oberflächlich wäre Ja, dann würde ich hier nicht Würde ich hier nicht so zensures Scheiß In so einem Blödsinn machen Lesen kannst du auch nicht wie der Drache Du reduzierst den Drachen auf seine Frülle Die 90er haben angerufen Die wollen ihren Sonic wieder 2017 wird ja der Sonic Glaub mir mal Ich kann sehr gut lesen Das Problem ist nur Dass ich hier zwei Bildschirme habe Weißt du Zwei Bildschirme Und auf dem einen Bildschirm Ist das Game Auf dem anderen Bildschirm Ist der Chat Und der Stream Setup Dingens Und das Problem ist Dass ich da teilweise Nicht ganz Erkennen kann Manchmal Weil der ein bisschen weiter weg Steht Weißt du Jemand als oberflächlichen Heslon zu bezeichnen Ist ja fast so behindert Wie der Drache 2016 ist ja das Drachen Ja, da kriegt er wieder Strom und sowas Ja, da kriegt er wieder Strom und sowas Ja, da kriegt er wieder Strom und sowas Ja, da kriegt er Strom Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung Also, ich persönlich denke Ich kann manchmal oberflächlich sein Das stimmt Also, aber wer kann denn nicht oberflächlich sein Seien wir uns mal ehrlich Ich bezeichne den Drachen nicht Ich reduziere den Drachen nicht auf seine Fülle Ich reduziere den Drachen auf das, was ich sehe Und das Einzige, was ich beim Drachen sehe Ist, dass er sich im Internet zum Volldeppen macht Das ist das Einzige, was ich vom Drachen derzeit sehe Aber wirklich mehr sehe ich auch nicht Und das war's von meinem Adolf Kuxi Der war One-Hit Wenn ein Drachen oberflächlich wäre Würde er nicht mit Euranie verheiratet sein Und mit mir befreundet Das kann sein Kann es schon sein Weil normalerweise sind solche Leute Wie meine Frau und Phoenix Show Komisch angeguckt, könnte man sagen Du bist getriggert nach der 25 Jahre Sonic Show 25 Jahre Sonic Show Ich glaube weniger Das Sonic nach 25 Jahren da aufgibt Und wäre da jetzt gar nichts mehr los Oh boy, that escalated quickly Ja Du bist oberflächlich und scheiße, weil du hässlich bist Wow Das war Das war oberflächlich Oberflächlich en masse Alter, jetzt beginnt der Konfliktentdeckung Ich finde deine Stimme sehr angenehm Seinen Anblick aber nicht so sehr Oh Passiert Danke für das Kompliment Und äh Was soll ich sagen? Nicht jeder mag meinen Anblick Das ist so Das ist normal Ich meine Man kann einem Gesichtsgulasch Sag ich mal Nichts gegenüber sitzen Und sagen Sie sind wunderschön Herr Dingsbums Ist so Also Meine Meinung jetzt Übrigens Meine herzhafte Sympathie Ich hoffe der Rest von meinen Was? Von meinen Sift Twitter Kontakten Kommt auch noch Sift Twitter Kontakten Oh mein Gott Jetzt kommen die Texte Probier doch mal streamen ohne Cam aus Ja Das habe ich schon gemacht Das Problem ist normalerweise bin ich ein Horror Channel Also so theoretisch Und das Die Cam ist meiner Meinung nach so ein bisschen mehr Dass die Die ganze Sache Einen Ticken persönlicher wird Weißt du Und ähm Ich kann das nicht so genau So genau in Worte formulieren Das ist mir so ein bisschen zu schwierig gerade Äh Ich habe schon mal Ich habe ganz am Anfang ohne Cam gestreamt Oder Ge-ge-ge-lettsplayed damals noch Keine Ahnung Von 2000 irgendwann Und das war Alles Minder Und mehr oder weniger komisch Okay Was gibt es Bei Donatello Äh Freunde Ungeschnittene Erwachsenspiele Und japanische Kuriositäten Dürfen sich freuen Wie diverse Insider berichten Auch Let's Play Videogames Die Redakteurin Laura Kate Der Das Nintendo Switch Ohne Regionalsperre auskommen wird Das ist ja nur ein Gerücht Oder In diesem Punkt Sei sie sich Nach eigenen Aussagen Sehr sicher In einem solchen Fall Wäre es Für euch Möglich Euch Spiele aus Japan USA und Co zu importieren Zu lassen Oder gleich Beim nächsten Außereuropäischen Urlaub So zu schlagen Und dann Was ich zu dieser Sache Allerdings Ja so lange Nichts von Nintendo Kommt Glaube ich Da noch gar nichts Ganz ehrlich Du bist wenigstens relativ Höflich Wie du zu Sonic the Cancer Ja manche sind höflich Manche nicht Ist mir Ist mir Ist mir Okay Ist mir recht Junge komm mal Ein bisschen runter Kannst du auf deinem Mikrofon Kaust du auf deinem Mikrofon herum Habe gehört Du hast Ekelhafte fetische Quelle von Von einer Ex Oh wow Cool Von welcher Ex denn Nenn mir doch mal Einen Namen Bitte Und nein Ich kauhe nicht An meinem Mikrofon rum Ich habe by the way Ein Video mal gemacht Das war Glaube ich Es war glaube ich Ein Q&A Video Auf YouTube Kannst du es finden By the way Auf meinem Kanal Graf Darko Muss mal gucken Da hab ich Mal geschrieben Beziehungsweise gesagt Warum mein Mikrofon So aussieht Und das war daran Weil ich damals Kein Mikrofonständer hatte Und deswegen Das Mikrofon Oft vom Tisch gefallen ist Und ich Katzen habe By the way Die auch gern mal Sachen runterwerfen Wie man das von Katzen So kennt Und deswegen Sieht mein Mikrofon Leider so aus wie es ist Alter ist jetzt Gut beruflich Ja voll Kann man nicht Mein Name ist Programm Wobei ich das Cancer hätte Weglassen können Programm Wow Voll Programm Bitte Bands Sonic Becancel Ist mir eigentlich Egal Ich find's grad witzig Find's unterhaltsam Bin ich ganz ehrlich So lebt der Chat Ist unterhaltsam Für die volle Unterhalte Geile Das ist schon braunen Rest Und sein Mikrof Ohne Reste Wie siehst du da braunen Reste Könnte aber Rost sein Weil das Problem ist Dass das Ding Schon ziemlich alt ist Das Ding ist schon Ziemlich alt Ich sag's dir Ich glaube eher Dass du dir das Rektal Einführst Und deinem Weiblichen Sonic Slash Vibe Ah Okay Gute Interessante Theorie Interessante Theorie Was kommt als nächstes Wir needs mehr positive Vibes Hier im Chat Ach Ein paar positive Haben wir ja hier Seit wann ist Sonic ein Krebs Dachte er wäre ein Igel Stimmt Stimmt auch wieder Sonic ischt nicht Krebs Nicht wirklich Oh man ich kann die Schrift grad nicht lesen Weil das Gott so hell ist Was? Tino Bio? Tino Bio 1 Hi Schön dass du da bist Ich fang gerade das Pokémon Silber Ne Schlecht Pokémon Silberskull Pokémon Gold und Silber Beste Edition meiner Meinung nach Wow Texas Peter Wie kommst du auf diesen Schandflecken What the fuck Wo ist eigentlich dein Kind Hier Hier ist mein Kind Wischste Kind 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 Ist hier Wie weißt du Weißt du Kind Ist hier Ne Es Ja stimmt Ne Es ist ziemlich übel Hab kein Ton mehr Noch wer Wenn du kein Ton hast Musst du mal neu starten Vielleicht so Ach das Problem ist Wenn der kein Ton hat Kann ich jetzt reden So viel wie ich will Ich blöd man Wir haben es verstanden Du magst ihn nicht Jetzt nicht so rum Rampen Ach der kann rampen So viel wie er will Ich sag immer Runde die bellen Die beißen nicht Das ist meistens wirklich so Ich meine Der Typ ist wahrscheinlich Irgend so ein kleiner Pisser Der da irgendwo sitzt Und wo die keller Oder sowas Da abgammelt Und Bei jedem typ Der mir nicht passt Wo wir bei toleranz Sind By the way Wir haben vorhin Über toleranz geredet Was alles akzeptiert werden Muss von irgendwelchen gutmenschen Dann kommt da so So eine tüte an Und meint hier Einer auf beleidigen Zu müssen So was True Death Ich glaube Der HIV Von sonic the cancer Ist das einzig Positive Wie wir hier im gecheck Felix Bester man Ganz ehrlich Beste Ja das ist super I love it Welches pokémon So ich nur nehmen Wie wäre es mit Vollregel Vollregel ist awesome Wie ist das So nach jahren So wenig Abos zu haben Nicht so schön Dieses gefühl Aber ist mir ehrlich gesagt Egal Ich bin ja nicht hier Wegen der Abbaus Wie ist das so dämlich Zu sein Ja Das ist auch Eine berechtigte Frage Wie ist es so ein Arschloch zu sein Auch die nächste Frage Ist auch sehr berechtigt Bei mir läuft Aber läuft Willst du einen virtuellen Schwanzvergleich machen Tatsächlich So was willst du machen Ja Taking Taking Denglish Zu extreme Oh Do that Do that Da läuft so einiges Das war I.V-Virus Jeff Not Kennedy Schickt mich Wir sind Das Kanalzerstörer Okay Gut Viel Spaß Viel Spaß Und den Kanalzerstören Dauert Schaffst du eh nicht so einfach Tornuktu Wow Tornuktu 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 heißt Du heulst dafür sehr viel über das Topic rum Ja klar heul ich dafür sehr viel rum Weil ich Du musst bedenken Ich bin ein Mensch der auf Gerechtigkeit aus ist Ich bin ziemlich gerecht Oder gerechtigkeitsorientiert Und habe einen ziemlich Hohen Gerechtigkeitssinn Wenn man so will Und es gibt viele Dinge Die einfach ungerecht sind Und das kann man nicht bestreiten Das kann man nicht bestreiten Das kann man überhaupt nicht bestreiten Und das kann manche Menschen Die genauso lange wie ich da sind Mehr Abos haben Ist das schon ein bisschen unfair teilweise Oder Was will der Typ von dir Gute Frage Ich habe keine Ahnung Ich glaube der will einfach nur ein bisschen abfacken Oder sowas Keine Ahnung Ich glaube der will nur ein bisschen nerven Das ist ganz witzig eigentlich Ich finde es ganz chillig eigentlich Muss ich sagen Abonniert KuchenTV Wow Wieder so einer Geil Sehr ehrlich So herrlich KuchenTV heil Okay wow Habe Feueriger genommen Das wirst du nicht bereuen Kumpel Ich glaube meine Habi heult Nicht so krass wie du rum Ja ich habe Nicht so wirklich Das Interesse daran So viel rumzuholen Ich habe andere Dinge Worüber ich rumheulen könnte Aber das tue ich nicht Siehst du Dank mir steigt deine Zuschauerzahl Ist doch super Find ich gut Nein du machst den verschlechten Content Naja Das ist wahrscheinlich Geschmackssache Ich denke wenn du den Content nicht magst Hast du immer noch die Möglichkeit Ist dir nicht anzusehen Oder 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 So so Sonic the cancer Ich sag sowas wirklich nicht sehr gerne Nicht wirklich sehr selten Aber Fick dich ins Knie Ja herrlich Wer ist KuchenTV Muss man den kennen Keine Ahnung Das ist irgendein Typ Irgendeine Tüte Wer ist auch ein bisschen bekannt Er macht irgendein Blödsinn Ich will aber nicht KuchenTV abonnieren Musst du ja auch nicht JFKennedy zerstört Deinen Kanal Schneller als ein Flugzeug Auf Unbeabsichtigt Im Flug Okay Na gut Viel Spaß Ich bin bereit Ich bin bereit Ich warte nur drauf Bisher sehe ich nichts Bisher besteht mein Kanal noch Also ich warte noch Du sprichst die Unterschicht An Sonic Hardcore Fans Ah das stimmt schon Die Sonic Fans Die richtig krassen Fans Sind schon ziemlich übel Also die mag ich ehrlich gesagt Auch nicht Ich spiele mit dem Emulator Du auch Naja schon Aber ich habe das Original Hier rumliegen Nebenbei noch Das Original liegt hier rum Deswegen Was sollte man zum PC Ja ich mache eh gleich eine Pause KuchenTV macht auch keinen guten Content Naja Ich würde mal sagen Immer wieder wer es mag Wer es mag Ich meine jeder Sollte das mögen Was er mag Und man muss auch immer Den Menschen mögen Aber ehrlich gesagt Was soll man machen Schutzhaltung einnehmen Oder du bist Matsch wie Passagiere in einem Flugzeug Nach der Landung An einer Felsbahn Wow Wo hast du die ganzen Flugzeug Vergleiche her Wow So ein Hardcore KuchenTV beleidigt Nur die ganze Zeit Irgendwelche Leute In seinen Videos Also Mit Julien Spock Blockkofi Ja so ok Meinst du die mit den Creepy Sonic Cosplays Und der Sonic Hochzeit Wieso Sind so schlimm An meinem Cosplay Oder an unserer Sonic Hochzeit Die wir haben Hast du die Sprüche Von deiner Mama Ausgezeichnet Oh ist das schön Oh ist das schön